Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist eine super Stimmung, ich hoffe Sie draußen sind ganz entspannt, freuen Sie sich jetzt auf eine schöne Kochsendung Ich heiße herzlich willkommen, meinen Gast, herzlich willkommen, Dagmar Frederik Dagmar Dagmar Ja Was ist das für ein Einstieg? Mir ist so, morgen ist erster Advent, guck mal, ich habe mein Herz nicht auf der Zunge, sondern am Busen und da brauchte ich einen Schluck Shampoo heute Ach so fängst du an mit mir, okay Das heißt, ich soll jetzt was dazu sagen Muss ja nichts, mir hat es geschmeckt Man muss ja nicht zu allem was sagen, was Frauen sagen Das heißt, das Motto bei dir zuerst trinken, dann kochen, oder? Nein, gleichzeitig, gleichzeitig Gleichzeitig, was kochst du? Ich habe das, was ich gar nicht gerne mache, nämlich die Aufgabe, das Dessert zu machen Fang doch nicht so negativ an jetzt Ja, das will ich doch sagen Und ich freue mich, weil ich lerne jetzt von dir noch mehr, als ich mir hätte träumen lassen Was macht die? Ich mache schnelle Dominosteine Schnelle Dominosteine gibt es heute hier Von Dagmar Von mir gibt es heute Vielleicht schon eine Idee für die Festtage Nämlich es gibt ein Hirschkotelett und dazu gibt es einen Stampf aus Kartoffeln und Maronen Und dazu glasierte Weintrauben Das ist toll Ja So Aber darf ich da noch erzählen? Bitte Darf ich da noch was sagen? Herr Lichter, darf ich da noch was sagen? Weil es ist ja gut, dass die Brunftzeit vorbei ist, ne? Mein Großvater hat immer, wenn er Hirsch macht Mein Großvater hat immer gesagt Ein Glück, dass in der Liebespein die Männer nicht wie die Hirsche schreien Ist ja gut Ist ja gut Ich weiß nicht ob er schreit Er ist auf jeden Fall da Er ist da Und schreit nicht mehr Willkommen liebe Zuschauer Hier ist der Horst Hallo Herzlich willkommen Danke schön Danke schön Danke schön Danke schön Aber ich muss ganz ehrlich sagen An der Seite eines so fantastischen Schauspieler Eines Theaterschauspieler Eines Filmschauspielers Eines ehemaligen Model Und dann auch noch einem Kloster-Schüler Hier ist er Ralf Bauer Ralf Vielen Dank Das ist ein sehr tolles Lob her Ehrlich Danke schön Ich mach dich so Lobbudelei mittlerweile nur deswegen, dass du nachher gut über mich redest Weißt du? Ah ok 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 Und mehr Arbeit erledige hier, oder? Jaja, ich hab hier so einiges für dich vorbereitet Ralf wird übrigens ein wunderschönes frisches Salettchen machen mit Birnen Und? Gampers Gampers Schrimps könnte man auch sagen auf Deutsch Schrimp und Speck Und Speck Und ein bisschen mit Birnen Ich habe mir gedacht Weil ich kochen muss, ja Mach ich mir ein bisschen Mütze auf Weil ich habe das so gelernt Als ich gelernt habe in Paris Dass man immer Mütze aufhaben muss beim Kochen Und deswegen Machen wir eine bunte, gemischte Salat Und du trinkst ein bisschen Rotwein Na sehr schön Da bin ich ja froh Meine Damen und Herren Da bin ich ja froh, dass ich auch eine Mütze anhab Und zwar eine Fleischmütze Und mit Fleischmütze kocht es sich in der Küche auch hervorragend Und ich werde eine wunderbare Hähnchenbrust gefüllt machen Mit Baby Zucchini gefüllt Und in einer Panade aus Walnüssen ausgebacken Aber Ja dankeschön Aber was ist diese Sendung jetzt? Sei mal ganz ehrlich Ich bin ja froh, dass ich dich daneben habe Aber was wäre diese Sendung Ohne den Menschen Für den Salz Blüten wirft? Johann! Bei mir ist alles wunderbar, Johann Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Noch nicht ganz Aber ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht Ja? Aha Okay, warte mal Was hast du denn mitgebracht, Johann? Ich habe was für dich So Du bist mitgebracht Und die Hähnchenbrust Ich habe was geöffnet Oh 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 Nee, war's schön. So, jetzt kochen wir. Zunächst mal habe ich hier Kartoffeln. Die werden gedämpft für unseren Kartoffelstampf. Und hier vorne habe ich da Maronen. Die werden dann angebraten. Mit Schalotten und Zucker und Sahne. Hast du das vorgekocht, Johann? Nein, die habe ich nur jetzt aufgestellt. Die müssen jetzt erst mal dämpfen. Johann. Und du machst den Biscuit wie die Domino-Steine. Das heißt, du hast hier Eiweiß geschlagen mit Zucker. Eiweiß mit Zucker und etwas Salz. Und jetzt steckst du hier erst mal Eiweiß mit Zucker und Lebkugengewürz. Jawohl. Schön schaumig da. Das können wir auch schon reinmachen? Ja, genau, mitschlagen. Jetzt aber schlagen lassen. Und dann tun wir das beides mit mit Stärkemittel und künstlicher Butter. Ja, und dann kommt ein bisschen davon erst. Ja, ausspülen erst. Ich werde jetzt einmal antraten hier die Hirschkoteläts. Und werde sie dann bei ganz geringe Temperatur bei 80 in den Ofen stellen. Johann. Sag mal, dass deine Dagmar jetzt schon Alkohol trinkt, bist du damit eigentlich einverstanden bei dir in der Küche? Ich kann für Schicksale einzelner Personen keine Verantwortung übernehmen. Sehr schön. Ralf, brauchst du Alkohol zum Kochen jetzt? Immer. Möchtest du ein Schlückchen Rotwein haben? Ich bin Schauspieler. Gerne probieren. Gerne probieren. Ja? Kriegst du. Sag mal Ralf, du hast ja tatsächlich mal in der Klosterschule gelernt. Ja. Ist das eigentlich dann sehr prägsam für den Rest des Lebens? Wirkt man dann ganz besonders rösig? Oder wenn man so eine ganze Zeit lang erzählt bekommt, das darf man alles nicht tun? Also ich bin... Möchtest du erstmal probieren den Wein? Du meinst, damit die Zunge locker werden oder was? Ja. So, jetzt mal ein Schlückchen zum Probieren. Mach danach das Glas auch voll. Sag mal, aber du vergisst bei den Gambas etwas sehr Wichtiges, bei den Garnelen. Ja. Du musst den Darm rausmachen. Ja, das mach ich danach, das mach ich danach. Ach so. Ja, das weiß ich schon. Warum machst du das denn danach? Das geht doch vorher viel besser. Probier erstmal, ne? Warte mal. Und ist der okay? Super. Dann mach ich jetzt auch vor. Der müsste los werden, oder, vor Weihnachten? Das ist irgendwie das Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr. Boah, ist ja gruselig. Ne, du weißt doch, wenn das Glas halb voll ist, immer wieder nachschütten. Boah, sag ja brutal. Ach so, ne, pass auf. Ich hab das... Ja, erzähl. Gib mir ein Tipp. Ne, jetzt sag mir erstmal, was du da vorhattest. Normalerweise, also ich mach das immer erst, mach die Schale weg und dann schneid ich die in die Mitte rein und guck, ob was drin ist. Da ist ja gar nichts drin. Ja, ja, da war der vorher auf Toilette. Ja. Tentation hier, weil ich doch... Also muss ich gar nicht machen. Darf ich dir mal zeigen, wie ich das mal machen? Ja, mach mal. Aber dann kann man die auch einfacher schälen. Ja. Ich nehm die immer so. Magst du die mal ganz kurz hier so, dass die nicht runter plumpst? Und dann lege ich hier so die Hand drauf, schneide hinten einmal in der Schale ein. Ja. Das hat zwei Gründe. Zum einen kann ich sie besser und schneller nachher schälen. Ja. Und wenn da ein Darm drin ist, bleibt der Dreck hier dran hängen und ich kann mit wegziehen. Weißt du? Dann brauch ich hier nur noch die Füße packen und zieh die Haut weg. Also den Panzer. Okay? Okay. Dann hab ich nämlich in einem Arbeitsschritt zwei Dinge erledigt. So musst du jeden einzelnen zweimal anpacken. Und das sollte man nur tun, wenn es was mit Frauen zu tun hat. Aber nicht bei Gambas. So, Johann. Ich bin hier meine Hähnchen am Parat machen und mache jetzt die Füllung dafür. Du bist ja auch jemand, der sehr gerne Hähnchen füllt. Ich hab bei dir mal ein Rezept gesehen. Da hast du ihnen Hähnchen Gambas reingetan. Ja, gut. Super lecker. War sehr gut zusammen. Garnele und Hühnchen ist ne tolle Kombination. Stimmt, weil die können ja auch beide schwimmen. So, wir mischen jetzt hier das aufgeschlagene Eigelb mit Zucker und Lebkugengewürz mit einem Teil von Eiweiß. Geben dann rein. Einfach Stärkemehl und Mehl gemischt. Ganz lose und etwas flüssige Butter. Wir machen so eine Art weihnachtlichen Biskuit mit diesem Lebkugengewürz. Mir ist schon wie Weihnachten. Das duftet schon so. So, guck mal jetzt. Und dann erstmal glatt rühren und dann das restliche Eiweiß unterheben, damit das nicht zusammenfällt. Genau. Muss eine ganz lockere Masse werden jetzt. Und hier braten wir schon die Koteletts. Ich hab hier die Hirschkoteletts. Die werden noch kurz angebraten in einer Edelstabpfanne mit etwas Futterschmalz. So. Wir geben gleich dazu noch jetzt ein bisschen Gewürze. Nämlich hab ich hier Thymian, Rosmarin. Guck mal Johann, bei dem einen Kotelett kann man noch genau sehen, wo du es mit dem Auto erwischt hast. Ja. Wacholderbeeren zerstoßen und ein bisschen Nelken und schön anbraten jetzt. Geht wunderbar. Bei dir alles gut. Jetzt einmal das unterheben. Vorsichtig. Ganz zahlunter. Also Johann, wenn du mehr Fleisch brauchst, ich könnte nochmal bei dir am Kotflügel nachgucken gehen. Das kommt klar? Ja, 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 ja. Sehr schön. Ich trinke auch ordentlich Wein. Nicht, dass da man übrig bleibt. Sag mal. Ja. Du bist da in einer Kneipe groß geworden, hast mit neun schon gekocht. So wie ich auch. Das stimmt. Was hast du schon gemacht mit neun? Ich hab Kartoffelsalat gemacht, hab selber Mayonnaise gerührt, hab Buletten gemacht. Und hab da so meine Grundlagen zu lernen. Buletten? Mhm. Wie heißen die bei euch? Heißen die auch Buletten? Frikadellen oder Fleischpflanzen in Österreich? Ah ja, richtig. Bei mir heißen sie Buletten. Ja, oder Buletten. Buletten heißen die auch noch in Berlin. Buletten. Buletten. Hast du gerade gesagt? Hab ich gesagt. Guck mal. Buletten, hab ich gesagt. So. Ich sag nichts mehr, Herr Lager. Das kocht's vor Weihnachten. Okay, guck mal. Jetzt haben wir hier die Ecke und jetzt. Die Frikadellen sind eigentlich rein. Ah ja, ich glaub Frikadellen heißen die, ja. Frikadellen. Frikadellen, ja. Frikadellen, ja. Kann ich das jetzt so raustun? Aufs Blech? Jetzt tue es aufs Blech streichen. Genau, aufs Papier. Okay. Nicht zu groß, sondern so ne kleine Menge da. Frikadellen heißen die bei uns. In Berlin heißen die übrigens Buletten. Davon hab ich gehört, ja. Aber in Eberswalder auch. Ich bin ja aus Eberswalde. Da heißen sie auch Buletten. Sag mal, was sind eigentlich Buletten? Na, Buletten sind Fleischpflanzer. Fleischpflanzer? Mhm. Oder Frikadellen. So heißen die aber doch beim Schuh weg. Mach doch einfach Frikadellen. Das ist viel schöner. Okay. So. Jetzt schön drauf streichen. Ja, ein bisschen mehr mischen. Gleichmäßig mischen. Ja. Jetzt hier so in der Mitte. Nur so einen Streifen in der Mitte drauf machen. Hier so. Ja. Dann schön verteilen. Das muss schön saftig werden nachher beim Backen. Sag mal, wie heißen eigentlich bei euch Berliner? Dass ich nicht austrocknen muss ich erst mal so trinken, ja. Was? Wie heißen denn bei euch Berliner? Pfannkuchen. Haha. Johann. Ja, bitte? Du hast letztens Pfannkuchen gemacht. Die sahen aber nicht aus wie Berliner. Aber du weißt schon, dass Pfannkuchen eigentlich dieser Eierteich flach in der Pfanne gebacken ist, ne? Wie heißen denn die Dinger dann bei euch? Plinse? Wie? Plinse? Eierkuchen? So was, ne? Sind bei uns Pfannkuchen? Also sind bei euch Pfannkuchen? Ich weiß ja nicht. Da fragst du mich. Also Plinse oder Eierkuchen. So, ich habe jetzt meinen Teich hier drin. Ja, ist das richtig? Du. Die haben doch deshalb nicht Berliner gesagt, weil sonst würden die einen Berliner aufessen. Stimmt. Obwohl, so einen Amerikaner mag ich auch. Die heißen bei uns Kameruner. Wie? Wie heißen bei euch Kameruner? Amerikaner heißen bei uns Kameruner. Das Gebäck heißt bei uns Kameruner. Warum das denn? Ja, ich habe sie nicht gefragt. Die sind doch ganz weiß. Vielleicht solltest du mal ein paar Frankfurter oder Wiener machen. Wie heißen denn bei euch Frankfurter? Wiener. Ja, das stimmt. Und wie heißen bei euch Wiener? Na Wiener. In Wien sagt man zur Wienerwürstin Frankfurter. Wie sagt man dann? Ist kein Witz. Und in Frankfurt sagt man Wienerwürstin. Ja. Stimmt. Ist aber alles das gleiche oder was? Ja, das versteht nicht dasselbe. Das gleiche. Aber was sind denn dann verdammt nochmal Buletten? Hamburger. 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 Auch ja. Was sagt ihr denn zu Hamburger? Hamburger. 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 Heute kriegst du echt einen Sprachenkurs. Was war das denn für die Sprache jetzt? Das war Englisch for Runaways. Das ist so, wie wenn Westerweller Englisch spricht. Da kannst du nix gegen sagen. Ich werd sehr gerne von zwei Frauen regiert. Erst mal kneten. Knete das erst mal. Ich meine Frau Merkel und Frau von der Leyen. Wo wart ihr denn jetzt gerade? Ja, Johann? Was hast du gewählt? Was ich gewählt habe? Ist schon lange her, Johann. Ich hab Briefwahl gemacht, daran kann ich mich neu erinnern. Und ich hab sehr viele Wünsche reingeschrieben. So. Ich hab allerdings ne Brieftaube genommen. Ich weiß nicht, ob die abgekommen ist. Also wenn du irgendwann mal ne Taube braten solltest, Johann. Guck nach, ob die von mir ist. Die, die einen Mundschettel dran hat, ja. Ich dachte, das ist immer noch sicher wie ne Flaschenpost, weißt du. Also bei uns im Ort haben sie wirklich Schlemmer raufgeschrieben auf den Wahlzettel und haben auch Fotos von ihm raufgeklebt und haben den abgegeben. Ehrlich? Mit Schlemmern, jawohl. Ja, obwohl ich muss ja schon sagen, dafür ist die Sache eigentlich zu ernst. Das ist richtig, ja. Weil jede Stimme, die nicht abgegeben worden ist, kriegen ja die, die du auf gar keinen Fall haben willst. Das ist ja nun mal so. Da sollte man schon, wenn man sich auch nicht so richtig einig ist, vielleicht das geringste Übel aussuchen oder was. Das stimmt. Ja, ich hab zum Beispiel zum Kochen Johann gewählt, weißt du. Und schon bin ich vorne dabei. Ja. Oh, da machst du. Nein, was machst du denn da? Warte. Ralf. Ralf, ganz vorsichtig. Erzähl. Pass mal auf, mein Schatz. Den Laster. Erstmal tun wir ein paar raus. So. Viel zu viel in der Pfanne. Nimm so viele, dass die Temperatur nicht zusammenfällt. Okay, okay, okay. Den Knoblauch hätte ich zum Schluss reingetan. Okay. Weil der Knoblauch jetzt, wenn du Pech hast, verbrennt. Jetzt musst du das Ganze bei relativ geringer Temperatur machen. Ja. Nicht direkt rühren. Ja. Warum nicht? Weil dann bekommen die Tiere nie die Temperatur mal ab, die sie haben sollen. Lass sie ein Momentchen liegen, bis sie rot werden von einer Seite, sich ein bisschen krümmen. Einmal wenn ein bisschen Butter, fertig. Eigentlich sollten die aber gebraten werden, kurz vorm Servieren. Was? Ah, okay, okay, okay. Vielleicht fängst du an mit den Birnenspalten. Ja. Ja. Und dann vielleicht den Salat putzen, das Salat-Sößchen machen. Okay, okay, okay. Ralf, wir kriegen das hin. Toller Kerl. Der Ralf sagt nur okay. Der Ralf sagt nur noch okay. Aber er ist ein netter, ne? Ja. Hättest du den auch gerne gehabt, ne? Der spricht zu viel. Du brauchst nur, dass du noch mehr Puppies kriegst, oder? Wenn du laut deine nette Sachen sagst. Ach nee, ich hab mit Ralf einen ganz dollen Deal, ne Ralf? Ich find, du bist ein sehr guter Mann. Genau. Toller. Sag mal, du warst ja damals wirklich mal Fotomodell. Ja, aber nur ganz kurz. Warum nur kurz? Erklär. Weil ich damit kein Geld verdient habe. Deswegen, ja. Und beim Kochen sowieso, auch schon hätte ich auch kein Geld verdient. Deswegen muss ich was suchen. Du hättest mehr beim Modeln verdient. Horst. Ja? Warst du auch mal Fotomodell? Ja. Ich war auch mal Fotomodell. In einer sehr schönen Zeit. Und zwar der kleine Heimwerker. Ich hab das Brett gehalten, wo drauf gehauen. Oh, du weißt. Dann machen wir hier die Temperatur weg. Und lassen die stehen. Und ganz zum Schluss. Nee, pass mal auf. Wir richten ja erst in 25 Minuten an. Also nur mal ein Stück Butter dabei. Ja. Und dann haben wir hier ein Stück Butter. Die werden jetzt aufgeschnitten, ausgehöhlt. Und dann mache ich eine Füllung für die Zucchini. Und ich glaube, Ralf, das wird dir schmecken. Wann isst du denn eigentlich so zu Hause? Keine Zucchini. Keine Zucchini. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wie die schmecken, wenn die gefüllt sind. Obwohl, da haben wir was gemeinsam. Ich bin auch jedes Mal überrascht, wenn ich hier fertig bin. Nein, 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 nein. Johann? Ja, bitte. Was machst du eigentlich mit den Weinkorken da? Ich tue die halbieren, weil wir machen nachher Weintrauben zu den Koteletten dazu. Halbierte Weintrauben. So. Jetzt noch ein bisschen mehr. Sind die dir zu groß? Wenn du die halbierst. Soll ich dir mal was sagen? Ohne Witz. Einer meiner großen Spezialitäten war, weiß ich nicht, war witzig, war folgendes. Ja. Gefüllte Weintrauben mit Champagner-Butter. Und zwar, ich habe jede Weintraube mit, und zwar bei der Sicherheitsnadel gibt es so ein rundes Ringel. Kennst du das? Ja, kenn ich. Da habe ich mit dem Ringel vom Sicherheitsrat, habe ich die Traube innen ausgehöhlt. Einzel. Und habe die mit Champagner-Creme gefüllt. Dann auf den Teller gelegt und dazu Champagner-Sabrione. Das war mein Nachtisch. Oh. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen natürlich da direkt sagen, dass ich das Gleiche gemacht habe, allerdings mit einem Ochsenschwanz-Pafet habe ich Erbsen gefüllt. Und dazu gab es eine gefüllte Taubenzunge. Sehr schön. Das war mein ganz großer Erfolg. Damit war ich in einer großen Kette damals unterwegs. Ich durfte nur nie ohne Bewachung raus. Sag einfach mal, was du möchtest. Weil ich mir schon lange verlippen, was du mich mal fragen wolltest. Momentan relativ wenig, weil du sagst ja sowieso immer das, was dann zwischendurch kommt. Aber ich bin ja ein gelehrsamer Zauberlehrling. Also heute zum Beispiel ... Ich bin der Rasenmäher nicht an. Entschuldigung. Ich bin jetzt mal ruhig. Lass dich jetzt richtig ausgehen. Nachher glaubst du noch, ich wäre ein böser Mensch. Ich habe den Horst bis jetzt nur einmal böse erlebt. Das kenne ich eigentlich von ihm nicht. Als wir mal bei Lanz kocht waren, dann hat der, glaube ich, der Alfons sein Niersing versalzen. Hat er. Und alle haben gesagt, alle haben gesagt, er ist nicht versalzen und er hat gesagt versalzen. Dann war der so böse. Ja, das wirklich war ... Weißt du, dann probierst du ein einziges Mal etwas, was einem so großen Sternekoch widerfahren kann. Das macht ihn doch menschlich. Ich probiere den Würsing und ich sage Alfons, alles lecker, aber der Würsing, huuu, der ist salzig. Dann hier aber Krach. Aber was für ein Krach. Dann hast du noch nicht gekannt, mein Set dazugegeben, nix. Und da war ich böse. Liebe Dagmar, jetzt kommst du zu mir, zeig ich dir das. Johann, hast du da irgendetwas vorbereitet? Nein. Und zwar, den Biskuit, das Biskuitpapier abgezogen und jetzt kommt hier drauf, guck mal, Aprikosensaft. Schau mal, den hast du doch gerade erst ausgerollt, wieso ist der jetzt schon fertig? Das ist doch Marzipan. Das ist doch Marzipan. Also Marzipan. Das ist Aprikosensaft, Zucker und Gelatine. Guck mal, hier, draufstürzen so. Oh, der ist versalzen, Johann. Und jetzt ist natürlich das nicht gut aus, dass der Teig jetzt... Das ist das Blöde, ne Johann? Der ist zu klein da, glaube ich. Wollt ihr was schief, Johann? Nein, nein, nein. Jetzt machen wir es einfach so. Das muss hier drauf jetzt. Ja. Und dann müssen wir daraus... Komm mal gucken, Ralf, hier muss was oben drauf. Jetzt schneiden wir. Jetzt müssen wir daraus schöne Würfel schneiden. Das ist eine Portion, Johann. Nein, das wäre ein Domino-Würfel jetzt. Ein Domino-Würfel. Das ist das hier so. Wann ist denn deine Mitte nochmal? Das ist das Aprikosengelee. Das sieht aus wie Lachs. Wie Lachs-Pafet. Komm mal. Das sieht so ein bisschen aus wie Lachs hier. So, schön. Das sieht schön aus der Hand. Das ist die Aprikosenmarmelade. Aprikosenmarmelade? Nein, Aprikosengelee. Wann habt ihr die denn gemacht? Das haben wir alles... Tja. Jetzt einfach hier so schön... Jetzt schneidst du hier draußen schöne Würfel. Heute Nacht. Heute Nacht habt ihr die gemacht. Jetzt weiß ich auch wieder, was das für ein Geräusch im Badezimmer war. Guck mal. Guck mal. Schneidst du lauter so kleine Würfel raus? Und die werden dann mit Schokolade überzogen. Genau. Aber viele Würfel. Jawohl. Viele Würfel machen. Guck mal. Passt. Ganz lecker. Ganz lecker. Schau mal. Läuft bei dir was aus heute? Könnt ihr schon? Ja, ich ruf mal den Installateur an. Die Brunhilde Watzler. Oh, ist doch kalt. Watzler? Hallo. 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 Hier ist Horst. Wie spreche ich denn? Oh. Hoff nicht, ob man Lava liegt ja lecker. War gerade kalt im Mund. Das kann ja nie wahr sein. Doch, Lava hat mir was reingeschoben. Ja, ja. Frau Watzler, was darf ich für Sie tun? Ich nehme das Messen her. Ja, ich hätte mal eine Frage an Sie. Liebe Brunhild, darf ich Brunhild sagen? Selbstverständlich. Brunhild. Ja. Ja. Ich bin der Herr Lichter. Ich bin die Brunhild. Leider. Och, ne? Ja. Ja, ich hab... Ja. Jetzt hast du die Frage vergessen. Aber... Frage vergessen? Ne, ne, ich hab's mir notiert. So, die das nicht vergesse. Also, ich wollte gerne mal wissen, was der Unterschied von Parmesan und Dekorino ist. Ich weiß bloß, dass beides Käse ist. Aha, das sag ich dir. Aber erst, wenn du mir sagst, was bei euch Buletten sind. Buletten sind doch ein Klopse. Buletten weiß, was er sagt von Klopse. Klopse? Mhm. Das ist ja wieder was Neues. Mein Gott, da soll sich einer aus... Wie heißen bei euch Frankfurter? Frankfurter? Hm. Da kenn ich was Kuchen. Frankfurter Kranz. Frankfurter Kranz. Da könnt ihr mal sehen, für Lava sind das immer noch Würstchen. Ja, der ist wie von Wiener. Ah. Obwohl, das ist Sarah Wiener, was sie jetzt meinen, ne? Also, der Unterschied zwischen Pecorino und Parmesan. Pecorino ist von Schafsmilch. Parmesan ist von Kuhmilch. Pecorino ist wesentlich kräftiger im Geschmack. Aber das Schöne ist, man kann wirklich hingehen, Pecorino für all das nehmen, wofür man auch Parmesan nimmt. Parmesan ist etwas milder. Herr Lava möchte aber auch noch was sagen. Der fuchtet gerade mit einem Messer in der Luft. Kleinen Moment, Brunnhild. Ja, selbstverständlich. Servus, Brunnhild. Hallo, Herr Lava, das ist... Ja, ja. Ich sag da nur ein Wort. Ach, Sauna! Leider hat sich noch nicht der Fall liegen, aber vielleicht klappt es mal. Aha. Guck mal, wie die abgeht, Johann. Also, ganz kurz, ja? Ja. Nee, richtig lang. Richtig lang. Nein, aus Pecorino wird noch ein zweiter Käse gemacht, nämlich Ricotta. 70% daraus entsteht ja Molke bei der Herstellung von Pecorino. Und da macht man auch diesen berühmten Ricotta-Käse. Diesen Weichkäse. Schon mal gehört? Nee, auch noch. Ich wollte das bei uns nicht. Johann. Sehr gut, sehr gut zur Füllung für Ravioli. Johann, es gibt aber auch Camembert. Den gibt es bei uns. Ja, aber das ist ja was anderes jetzt. Der ist aber Käse. Es gibt auch Käse, ja. Nee, also nochmal, wie gesagt... Emmentaler gibt es auch. Gouda. Ja, also... Also nochmal, Ricotta-Becorino ist klar. Und wie gesagt, es gibt ja noch diesen aus der Morgen gemachten Pecorino. Mai-Gouda, sehr lecker. Ich mag Mai-Gouda unheimlich gerne. Das Blöde ist ja, den gibt es ja immer nur im Mai. Nee, die kommt erst im Juni, weil Mai sind die Kühe da. Ich entschuldige mich für Menschen, die nicht ganz heute beieinander sind. Ich kenn sie doch. Frag sie doch einfach mal. Tschüss, Servus. Jetzt wollte ich fragen, wie Sie den ersten Advent morgen verlebt. Wie verlebst du morgen den ersten Advent? Ich bin gerade auf Tour. Deswegen... Dann mag man gar nicht. Dafür bist du ziemlich ruhig hier am Stehen. Tour. Nee, aber womit bist du auf Tour? Uah! Unser! Ist lecker, ja? Das kommt ja gleich schnell. Ich hab so ein Literaturprogramm. Nimm mal ein Schluck Rotwein. Nee, der schon alle. Und wie bist du auf Tour? Das ist so ein Literaturprogramm. Es geht los mit Goethe, hört auf mit Goethe. Goethe? Und zwischendrin kennst du. Nee, hab ich Platten von. Find ich super. Ja, super. Hast du auch Platten von Goethe, Johan? Boah, Wahnsinns-Musik. Ich lese auch sehr gerne so ein schickes Buch von Beethoven mal zwischendurch. Nein, der heißt also richtig ernsthaft Theater spielen Goethe. Nee, jetzt nicht ernsthaft ist es nicht, weil das ist eigentlich eher so ein Programm, um Leuten Literatur nahezubringen. Das heißt, wie machst du das, wenn du da etwas sehr Ernstes eigentlich hast? Also, das ist ja schwerer Stoff, ne? Ja, es geht nur los mit Goethe und hört auf mit Goethe. Zwischendrin gibt's zum Beispiel diese wunderbare Geschichte. Weißt du, warum die Zitronen sauer sind? Nee. Ist nicht von Goethe, aber? Schade. Johann hört zu. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß schon nicht mehr genau, wann dies gewesen ist, so süß wie Kandis, bis einst sie sprachen. Wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das gelb abscheulich. Wir wollen rot sein oder bläulich. Gott oben hörte die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden, ihr müsst so bleiben. Ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer. Dauer, dauer. Ja. Heinz Ehrhardt, ne? Sehr gut. Also, da muss ich wirklich sagen, das gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Ich hoffe, die Salatsoße auch... Ein Goethe zitieren. Bitte. Ein Goethe, bitte. Ein Goethe. Ein Goethe. Ja. Ein Goethe. Ein Goethe. Vielleicht Faust 4 oder sowas. Ja, den gibt's auch nicht. Willkommen, süßer Demerschein, der du dies Heiligtum durchwebst. Ergreift mein Herz, du süße Liebespein, die du vom Tau der Hoffnung schmachtend lebst. Wie atmet rings Gefühl der Stille, der Ordnung, der Zufriedenheit. In dieser Armut, welche Fülle. In diesem Kerker, welche Seligkeit. So schön hat mich noch nie jemand beschrieben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl, ich fand den eher besser. Aber ist er auf den Punkt, oder? Ja, Johann? Da siehst du aber, was der Mensch zur Leistung imstande ist. Das sind wir bei euch. Ja, Johann. So, jetzt probiere ich erstmal dein Sößchen da. Ja, und gib vorher vielleicht einen Schluck Rotwein. Pass auf, Johann. Da ziehst du sogar die Falten glatt, die du noch nicht hast. Quatsch! Lecker, ja? Boah! Wenn wir damit nach Amerika gehen, werden wir steinreich. Das kannst du anstatt... Ja. Ja, da brauchst du keinen Botox mehr. Das kannst du dir so ins Gesicht hauen. Ich komm jetzt auch mal probieren. Das kriegen wir wieder gerettet. Da musst du auch Zucker rein und Brühe. Ah, Zucker hab ich nicht gefunden. Siehste? Johann hat Brühe gesagt. Hast du das gehört? Brühe? Brühe. Und das als Fondmensch. Johann hat... Wenn ich jetzt nicht ganz fein aufpasse, wird man Johann ordinär. Johann, mir ist es lieber, wenn du sagst Fond. Probiert mal was Leckeres, bitte. Was ist das? Das ist nämlich Kartoffelstamm mit Maronen. Kartoffelstamm mit Maronen, das hört sich lecker an. Ehrlich jetzt, ohne Witz. Ohne Witz. Das ist auch perfekt für den ersten Rentschöpfel. Ich hab's mitgebracht. Ah. Entschuldige. Huch. Gerne. Mhhh. Gut, oder? Ist nicht zu salzig. Boah, dazu Buletten, wa? Was ist gut? So, jetzt gucken wir mal die Zuschauer zeigen. Ich hab jetzt hier einfach Kokosfett und weiße Schokolade. Jetzt lässt du einfach so schön, siehst du hier, gleich ein bisschen runterlaufen. Ich kann mir da reingehen, oder? Jawohl. Bis zuerst. Schön, es muss aber rundherum alles zu sein. Sehr lecker, muss ich ehrlich sagen. Sehr lecker. Sehr schön. So werden die, ja? Und dann machst du jetzt ein paar Schwarze und dann leicht zu schütteln, damit sie schön glatt werden. Machst du so schön die Finalefarbe, ja? Ja, mhm. Sehr schön. Warte mal. Geiße und Schwarze machen wir. Johann, hast du ganz viel Zucker da? Bitte, was hab ich? Zucker. Zucker hab ich da, Besticherheit. Ja, Puderzucker. Hier. Puderzucker? Bitte sehr. Hier ist Puderzucker. Können wir auch nehmen. Nee, da ist Puderzucker. Hat er doch schon, der Ralf. Hat er? Ja. Gut. Was machst du morgen am 1. Advent? Tu mal ordentlich was Zucker rein. Am 1. Advent hab ich Konzert in der Philharmonie in Berlin. In Berlin, Philharmonie? Ui. Schön da. An einem ganz wundervollen Ort. Ja? Super nett. Ein Benefizkonzert für mein Wohnprojekt Indina, was ich schon zwölf Jahre betreue. Ah, okay. Ausverkauft. Ganz schön. Super. Ist okay? Genau, schön schütteln. Die müssen komplett zu sein, ja? Den Speck haben wir fast vergessen, ne? So, jetzt mach ich die Weintrauben. Indem ich etwas Honig glasiere für das Hirschkotelett, gebe jetzt dazu die Weintrauben. Erstmal gebe ich rein, würde ich sagen, Holundersaft und Rotwein. Ist schon besser. Schön einkochen lassen, alles. Und dann die Weintrauben zum Schluss rein. Dann schauen wir, was unser Kotelett im Ofen macht. Warte mal, mein Teig ist auch noch okay, ja? Dein Teig ist okay, ja. Kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Nicht, dass es hier brennt hinter mir. So, genau. Danke dir. Ja, bitte. Kann man jetzt vergessen, ne? Machen wir kleine Speckkrönchen für den Salat. Was musst du denn jetzt noch alles machen, Ralf? Ja, sag mir, was ich noch machen muss. Salatsoße hast du fertig, ja? Ich hab ja hintenrum angefangen. Bitte? Salatsoße ist quasi fertig. Den Fenchel hab ich geschnitten. Ja, Salat hast du gewaschen und geputzt? Ja. Hast du Chicorée geschnitten? Ja. Die Gambas liegen in der Pfanne, den Rest dürfen wir rein. Ach nee, Chicorée, vergiss nicht, das war Fenchel. So, schön ausschneiden, weil das ist das, was bitter ist bei einem Chicorée. Du kannst natürlich die Blätter auch so abschälen, aber dann musst du auch die Enden immer wieder alle abschneiden. So, jetzt kannst du das noch ein bisschen verteilen auf den Teller, machst du richtig hübsch, bitte. Ja? Chicorée, dann den Blattspinat, den frischen Felssalat drauf, den Felssalat vorher durch die Soße ziehen, schön anrichten, dann die Garnelen langsam nochmal aufwärmen, weil ich muss hier jetzt leider Gottes ein bisschen Gas geben. Mach ruhig. Weil sonst gibt das hier überhaupt nichts mehr heute, weil ich muss jetzt Babys Zucchinis füllen. Ich mach nur einen Teller. Was für ein schwachsinniges Rezept. Ich mach nur einen Teller. Ich dekoriere nur einen Teller. Ja. Ja, einen Teller. Mach den aber schön. Das sieht aber lecker aus. Früher Erbsen mit Ochschenschwanzgebüller, ich kann heute Zucchini füllen auch. Ja, aber bei mir ist das Schlimme, ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wenn es grobschlechtig wird. Aha. Das waren kleine Ochsen. Was? Das waren kleine Ochsen, ja genau. Kleine Ochsenschwätzchen. Ja, Johann, hast du denn auch einen Adventskranz? Ja, hab ich auch. Klar. Auch einen Adventskalender. Hab ich auch. Auch einen für mich. Ja, für dich hab ich welchen mit Fenster. Mit Fenster. Aber nicht wieder so einen wie vorles Jahr. Da ist vorne so eine komische Frau drauf. Sein Geschenk war vorles Jahr, dass ich am Fußende schlafen durfte und immer das Fenster auf und zu machen musste. Er hat mir erklärt, das wäre ein Adventskalender. So, jetzt einfach schütteln, klopfen. Ja, einen hab ich noch. Weißt du noch Johann, wie du jeden Morgen mit Rasierschaum neue Zahlenfenster gemacht hast, damit ich ja nicht merke. Genau. Hab ich nicht vergessen, Horst. Ich hab mir noch gedacht, Mann, 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 wann kommt denn das Süße für mich? Nix. So, guck mal hier. Wat eine feine Arbeit, Johann. Zucchinis gefüllt. Seit wann bist du denn unter den feinen Filigranten-Technik gegangen? Ich wollte einmal was machen, so kurz vor Weihnachten, wo ich sage, dat wird schön. Jetzt noch mit Speck eingewiebt und dann wird er noch paniert und dann wird er noch ausgebacken, Johann. Jetzt sag mal kurz der Zuschauer, wie das hier geht mit dem Garnieren von den Dominosteinen. Einfach hier so schön, siehst du so, einfach so schön so drüber, siehst du so. Ah ja. So geht das. Schön. Siehst du so. Oh. So, jetzt machst du das Gleiche mit dunkler Schokolade. Dunkler Schokolade einfüllen und das Gleiche machen. Guck dir das mal an, Ralf. Der feine Herr Lafer. Drei Tafeln Schokolade auf dem Blech vergoldet, damit das oben hübsch ist, doch. Aber es sieht sehr lecker aus, du. Ich bin so konzentriert, dann will ich das einigermaßen hinbekommen, ja. Aber es ist so ein Desaster. Ein Desaster. Ich sag's euch ehrlich doch. Dekoration war noch nie meine Stärke, ja. Dann leg's doch einfach nur drauf. Warte mal. Ja. Man erkennt ja gar nichts mehr hier, du Ehrlich. Du hast recht, sieht scheiße aus. Ja. Ja. Das kriegt der Herr Lafer besser hin mit verbundenen Augen. Wobei ich weiß, was du noch schlechter kannst als Dekoration. Sag mal. Salatsoße. Nein, aber der Wille zählt. Der Wille zählt. Und eins muss ich nochmal wirklich sagen, Ralf. Ich hätte nicht gedacht, dass du so nen Netten bist. Ernst. Nee. Weil so würde ich mir Johann ja mal wünschen. Guck mal Johann, nimm dir mal ein Beispiel dran. Der Ralf gibt keine Widerworte. Ja. Vollkommene Ruhe hier. So. Kommst du gut klar jetzt? Ja, ja. Gut. Pass auf, ich mach hier schön in Walnüssen, schön paniert. Steh die mal ganz kurz in den Tiefkühler rein. Ja. Stell sie schnell rein, Johann. Ganz kurz rein in den Tiefkühler, damit der Schokolade fest ist. Johann, erklärst du mir einmal bitte, wie du diese Füllung gemacht hast. Was war das nochmal für ein Obst? Das war Aprikosensaft mit Zucker und Gelatine. Auf 1 Liter Aprikosensaft, 6 Blatt Gelatine und 150 Gramm Zucker. Einfach die Gelatine auflösen. Aufkochen, auflösen. Und dann kalt stellen. Dann kommt das dazwischen rein. Ja. So und jetzt habe ich hier die Trauben schön mit Rotwein und mit Holundersaft. Kurz glasiert mit Thymian, Salz, Pfeffer, Pfeffer und Chili. Einfach einkochen lassen. Und hier vorne mach ich nochmal das Kotelett in die Pfanne zum Nachbraten. Dann haben wir hier schöne Hirschkoteletts fertig. Selten, ja. So. So, genau. So, genau. Perfekt. Hast du jetzt weggenommen? Riech ich mir gleich an. Was braucht das? Auch wenn die Scampis, ja. So, jetzt musst du nur noch die Scampis mal ganz kurz warm machen. Hast du sonst alles auf dem Teller? Also Horst, wir haben noch eine Minute, bist du fertig? Ich bin zumindest in den Gedanken schon beim Essen. Ja. Okay, ist gut. Und wir brauchen gleich ganz viel Fantasie, damit wir glauben, es wäre soweit. Ich find's sowieso, das wird alles überbewert mit dem pünktlichen Essen. Was machst du da? Das ist für die obere. Das ist für die obere, genau. Das ist die untere. Wie mach die denn aus? Nee, die brauchst du nicht ausmachen. Die geht gar nicht an, wenn keine Pfanne drauf ist. So, jetzt kannst die Dinge rauskommen wieder. Dann ist ja das Schöne dabei. So, ein Handtuch. Hallo. Was machst du? Handtuch. Ach, das hast du. Dankeschön. Warte, ich muss doch mal hier nachgucken. So, die Trauben drauf. Oh, guck mal meine Hähnchen, was sehen die lecker aus. Jetzt kommt das Portet noch drauf. Jetzt hab ich jetzt leider verpasst. Was hast du da reingemacht? Oh, die sind lecker. Ich hab eine Art Pesto gemacht für da drinnen. Ja. Dann Orangen filetiert. Alles unter die Haut geschoben. Kurz in der Pfanne angebraten. Ja. Dann im Backofen bei kleiner Temperatur schön gegart. Dann hab ich die Zucchinis kurz blanchiert. Habe eine Füllung gemacht aus Knoblauch. aus Zwiebelchen, frischem Thymian und mit Mozzarella gefüllt. Dann mit Speck und Mantel. Eine paniert mit Walnüssen gehackt. Kürz ausgebacken. Und die dürfen nur ganz kurz in der Pfanne bleiben, weil sonst werden die nachher zu schwarz. So, und jetzt guck mal hier rein, wie geil so ein Hähnchen dann aussieht. Sensation. Oh, ist das heiß. Lecker ist das wirklich. Guck mal her. Guck mal her. Hier einmal kann man kurz zeigen, das Hauptgericht heute. Pierschkottlett mit Kartoffelstank und glassierten Eintrauben. Und daneben von Dagmar zubereitet die ersten wirklich gut gemachten Dominosteine. Guck mal her. Komm, wir gehen essen. So. Komm, wir gehen essen. Jetzt hören wir an. Ja, wir sitzen da. Du sitzt da. So. Wir sind schon so muschi bei dir, Johan. Ganz ehrlich. Wollen wir euch helfen? Nö, nö, dankeschön. Servieren? Komm. Wir freuen uns schon auf den zweiten Advent. Genau. Dagmar? Da gibt's Stollen bis dahin. Ja, da gibt's Stollen, gell? So, jetzt schon. So, pass auf mit dem Salat. Können wir vielleicht mal ganz kurz die Kameras und Licht ausmachen? Weil das ist ein Radiogericht geworden. Zeig mal. Das ist lecker. Komm einfach zu mir. Alter. Ich finde, das hast du ganz toll gemacht, oder? Nee, toll. Vor allen Dingen, das ist das erste Mal, ich sehe da mal Chicorée falschrum serviert. Dann geht's. Komm mal rein. Ich sag dir auch, warum. Weil die Salatsoße da drauf getröpfelt ist. Dann sah das noch schrecklicher aus. Dann dreh ich sie lieber um, ja? Also, Ralf, ich muss dir eins sagen. Ich muss dir eins sagen. Das Glas ist nicht voll für Ralf. Nein. Wir haben selten einen Gast gehabt, der so ein exzelles Gericht abgeliefert hat. Oder Sender. Ich weiß. Ich weiß, dass es wirklich ist, Schätze von euch. Ralf, komm hier. Also, ich würde sagen, Ralf. Heute gibt's einen Spruch, der für dich zutrifft. Das bisschen, was ich essen kann, kann ich auch trinken. Ralf. 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 Ralf.